Ladies and Gentlemen willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Infinity Evolved Skyblock Expert Mode Oh mein Gott, das ist ein langer Titel. Und irgendwie kam ich auch gerade dazu um das ganze richtig schöne Aurora-Stunde zu schreiben. Ja, zu schreiben. Dosh schreibt seine Titel zum Beginn der Folge. Ja, es wird irgendwie gar nicht besser. So, wir haben auf jeden Fall jetzt jede Menge Holz. Äh, mal schauen. Soll ich sie gerne erstmal so machen? Es gibt doch die Wutsch hier. Machen wir schon mal so... Zwei Stück. Das tun wir schon mal hier rein. Äh, ja. So, machen wir schon mal hier den Rahmen fertig. Okay. Wenn wir hier Wasser hin machen, dann wäre es dann da rüber. Das ist ja so ein einziger Versuch, ne? Was müsste klappen? Das Wasser fließt dann da runter. Ich versuch's. Sehr schön. Dann können wir jetzt mal hier so ein bisschen Holz nehmen und da drunter auch noch dicht machen. Sooo. Easy going. Sehr schön. Dann nochmal hier einmal kurz dicht. Sooo. Und dann hier den Rahmen noch bis dahin voll. Das ist das beschissenste was ich glaub ich je gebaut hab. 3 sollten da reichen. Wohl. Den würde ich gerne aber noch behalten. Äh ne. Geht er weg. Und dann nehmen wir den. Äh ne. Geht er weg. Und dann nehmen wir den. So. So. Sehr schön. Warum baue ich das so kompliziert? Weiß ich selbst nicht. Ne, aber so haben wir schon mal wenigstens eine Absicherung, dass hier nichts abfackelt, weil die Crafting Stations können nicht brennen. Wenn wir jetzt den hier hinsetzen. So. Haben wir einen Koppelgenerator. Nehmen wir mal Chickens drin. Leul. Hat der gerade einen Hund gekackert? Ja. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier Zugang zu Cobblestone. Äh. Ich würde aber sagen, wir machen nochmal einen Baum. Ja. Das war schlau. So. Oh oh. Alter hat der gerade schon viel gefressen. So. Um den Crop kümmere ich mich jetzt gerade mal gar nicht. Wir wollen jetzt mal anfangen mit der. Mit den Tinger Stools. Weil ich habe die Befürchtung, wenn wir jetzt mit Pickaxe machen wollen. Ja. Ja. Fünfte Mobility. Habe schon fast gedacht. Das sollte aber jetzt reichen. Ein bisschen Cobblestone zu farmen. Und es funktioniert. Hier brennt nix. Ich bin halt einfach ein Minecraft-Main. Ne. Kennste ja. Beziehungsweise alle Leul-Spieler kennen. Die würden mich jetzt verstehen. Stencil-Table. Bartbilder. Und die Crafting Stable wird jetzt verwendet, damit daraus eine Tool Station wird. Sehr schön. Machen wir raus einmal die Step-Variante. Können wir dann mal so hier hin klatschen. Farbbilder und Stencil-Table. Sehr schön. Und aus dem rissischen Holz. Obwohl wir machen nochmal 3 Stencils. Also 3 Petern. Die machen wir auch gut draus. Und dann einmal der Tool-Ward. Pool-Binding. Und ein Pickaxe-Head. Und jetzt bitte. Nein. Hier oben. Können wir nicht hier oben einfach. Ja. Ich nehme Flint. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das schnallere Zett geht nicht. Mist. Ja dann. Ich darf ja einfach mal damit so machen. Sollte ich ja schon mal etwas copy wenigstens bekommen. So. Zwei. 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 Das machen wir jetzt, ähm, ja, jetzt setzen wir den einmal ganz kurz, nehmen den Zylkwurm und machen den einmal hier so sneaky, sneaky, weiß komplett. Dann verbreche ich jetzt noch einmal die Ausnahme, weiter bis das dann einmal komplett und dann, wenn er weiß ist, kann ich hier unten schonmal die beiden Ställe weg. Dann machen wir noch einmal ganz kurz einen Rock. So. Und dann, wenn er weiß ist, können wir es pink machen und dann können wir vielleicht mit dem Sieb anfangen. Dann unterbreche ich noch einmal ganz kurz die Ausnahme. So, da sind wir auch schon wieder. Und ihr seht jetzt auch schon, der Baum ist super herangewachsen. So, wenn wir jetzt mit dem Rock einmal abkrasen hier, bekommen wir einen schön zu Drinks raus. So wollen wir das. Und dann würde ich auch sagen, da wir schon einen Schicknitzig haben, auch noch ein bisschen Gravel, hoffen wir mal, dass wir so ein bisschen blind dran kommen. Und dann können wir auch so langsam mal schauen, so ein bisschen bergsam machen, so eine schöne Axt, Spitzhacke und so weiter und so fort. So, da haben wir jetzt schon genug Strinks, das kann man vielleicht auch im Bett machen. Ja, im Bett müsste drin sein. Das ging auch wieder ein Silk Gamer raus, das ist das Schöne dran. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann, wir brauchen 18 und so, das holzt niemand mal mit. Moment. Ich will dir gar nichts verscheißen. Ne, kein Heavy Thieves, das können wir später machen. Ja, ok. Also müssen wir doch alles aufmachen. Moment, bevor ich jetzt hier weiter mache. So, zwei Silk Mesh, Oakwood Planks, zwei Sticks und wir haben ein Sea Session. So, das platzieren wir einfach mal hier hin. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir mal bitte hier aus dem Gravel ein bisschen Flint rausbekommen. Broken Roses sind schön, brauchen wir aber noch nicht. Kohle kann man schon eher gebrauchen. Silver, Copper und Thin. Ah, ein Flint bitte. Ach, jetzt kommt schon Tumi das nicht an. Appetite. Ja, genau. Mann, oh. Ja, also ich werde hier auf jeden Fall offscreen schon mal so ein bisschen was... Lockdinger da passieren können. Ja, komm. Nehmen wir jetzt den Sea Session 18 hier. Obwohl, warte mal. Das machen wir noch nicht. Ich bin jetzt hier einfach so die ganze Zeit abgebaut. Brauchen wir nochmal 10 ab. So, sehr schön. Und aus 10 werden wir ja wohl mindestens ein Flint rausbekommen. So, jetzt aber. Na. Das sollte auch aufgehen. Das ist kein Flint. Das auch nicht. Das auch nicht. Ey, dieses Pack, ne. Ja. Das war ne Niete. Ich sag jetzt mal nix, ne. Das ist ein schlechter Witz. Alter. Ja. Und dann würde ich sagen, das ist das sieben. Und abbauen. Geht weiter. Boah. Woher kommen die Hühnergeräusche die ganze Zeit? Fünf Stück. Jetzt aber. Bitte. Das kannst du mir nicht antun. Nein. Nein. Ey, ich sag jetzt euch. Wir bekommen noch. Bevor ihr ein Flint bekommt, bekommen wir noch ein Dier oder ein Emerald. Ja. Also Eisen und Sinn können wir schon mal machen, ne. Ach ja, ach ja. Ja. Das machen wir mal 10. Das schöne ist, ich kann auch gar nichts anderes machen. Ich brauche Flint. Ja. Weil wir ja dringend die Decks brauchen für Korbis tun. Dann können wir auch mal anfangen, hier die Base ordentlich auszubauen. Da hat er erst abdrehen. Jetzt war ein Flint. Jawoll. Ja gut. Ich weiß. Ich brauche. Ich weiß. Aber das sollte ja das ganze Thema sein. Siehste. Wir bekommen die ja. Ja, aber das war ganz klar. Ach, jetzt bekommen wir den ganzen Flint holen, ne. Na ja. Ist okay. Ist okay. Manche Leute würde sich erschören. Ich würde sagen, danke für den Flint. Äh. Komm, nehmen wir auch schon mal die Schere mit. Und hier das. Und den Dier können wir da reintun. So. Machen wir hier schon mal so ein bisschen laut. So. Machen wir hier schon mal so ein bisschen laut. Ich habe alles gerade verschwunden. So. Jetzt aber. Ah ne da. Sind verschwunden. Einmal Oakwood Planks. Dopp und Dopp. Obwohl. Warte mal. Dopp. 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 Und das hier. Zack und zack. Blind Pickaxe. Pickaxe. Eins. Zwei. 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 und dann ja jetzt geht es schon mal etwas besser hier so das zeug muss ich mal ganz kurz hier verbarrikadieren ich würde sagen nächstes ziel wir kümmern uns jetzt mal um wer kann es sich denken genau wir machen jetzt mal ein ein wood barry die andere schere raus ach was ist dafür bekommen auch treppings raus so abgefällt so dann muss man einmal hier na das war ein bisschen voreilig zack 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 oakberry so und da wir jetzt schon einiges an hier so oakleaves laden machen wir doch daraus her dann kann ich mal hier währenddessen ein einfach gedrückt halten ist glaube ich gerade am besten was kostet dann würde uns eine transfernaut kosten äh ja vergessen wir das erstmal so und wir haben genug für einen ofen ein slap furnace so man könnte jetzt meinen wieso wird es ja unbedingt ein slap furnace äh willst du unbedingt einen ganzen furnace machen slap furnace reicht doch erstmal naja boah erst reicht das ne aber naja schau uns mal die rezepte von slap furnace an kann man nichts mehr machen rezepte vom furnace brauchen wir für steam oven generator ja also wir werden das auf jeden Fall später was hat das gerade ach so den Ofen von Werms Haus kochen wusste ich gar nicht was den sitzt so wir haben hier Erde äh packen wir mal hier hin machen wir neue immer schön neue Erde nach äh jetzt habe ich aber kein doch ich habe auch Holz dann kann ich darum nur Schutzbarrikade machen bauen wir unsere Base aus immer so ein bisschen nach jetzt habe ich bloß nicht vergessen als ich nicht mehr fliegen kann das könnte sich das problematische entwickeln ich weiß nicht vielleicht installiere ich mir Vayne Miner noch nach vielleicht aber auch nicht glaube ich lasse es sogar sein so so das Holz fallen wir das Holz fallen wir kein Zap den Geiz ich will da nur setzen Ding ich will da nur die Feld bereichern mit Pflanzen ja so so neue oh god dann zackletzen wir hier noch etwas hin ja der ist schon wieder fertig sehr schön das versetzen wir einmal ganz kurz genau komm da so machen wir auch mal hier dicht so schön ist wenn wir jetzt mal F7 drücken nur da kann was spawnen aber naja da werde ich mir was einfallen lassen ich würde es generell erstmal sagen ja ich würde sagen das war es für diese Folge ähm die nächste Folge wird etwa Select sehr sehr später für mir die weit weg sein weil ich jetzt erstmal anfangen werde so Grundressourcen zu schaffen ich werde kleine Baumparm anlegen Plattform was erweitern und so weiter also Cobblestone werde ich produzieren ich werde generell mal Gravel Sand und so weiter sieben einfach damit wir Grundressourcen haben ne und das warum ich das mache ganz einfach noch läuft bei mir woher ich die Galaxy das Filch aushauen lassen dann würde ich sagen sehen wir uns morgen also ihr seht das morgen ich sehe es dann erst dann so paar Wochen glaube ich gut dann bis zum nächsten mal bis dahin tschüss